so wie diese abgesägten waffen rumschwanken damit triffst du never ever ich habe auch eine abgesägte waffe ja ich habe ja schon mal die abgesägte springfield gehabt keine ja dann stand auf dem feld und hat mich mit zeitlich hat und von mir weggeguckt selbst die einfach nicht tot bei der tod ja du hast du richtig geil abgelenkt du hast du richtig geil abgelenkt einen habe ich getroffen aber den anderen ist es hier das beide ja ja bei der habe ich aber ich weiß nicht ob ich mich überhaupt hielen soll jetzt vielleicht ist ja dein leben irgendwo hier ist ein doktor der eine hat eine lanze durch doppelpaar nein gott oh mein gott wenn ich gerade echt ob ich die lanze mit rausnehmen das ist weil wir die doppelhand deutlich alle hat es ist das war eine tolle runde für den teuren kurz eigentlich wie wie wir kurz die runde für die leute gewinnt sein was jetzt hat solche opfer also ich habe einen großen und halben klein wo gerade sagen da war doch was jetzt höre ich steps aber könnte auch das monster sein wo ich bin mir gerade echt nicht und ob das jetzt einfach nur das monster war ich habe gerade gedacht irgendwie da war irgendwas ja ich höre die ganze wasser aber das kann auch monster sein das kann nicht sein dass immer in der gleichen hundertstel sekunde auch leiser sind wie wir man da ist aber ein monster im wasser das kann es gewesen sein die verband jetzt die bauten liegt einfach bei den anderen liegt da einfach das ist ein bisschen kurios wenn sie die bauten leute gehen hoch und greifen die in der sägemühle an könnten wir runter rennen und die bauten snacken und runter rennen wir lustig ja ich weiß gar nicht scheiße greifen wir jetzt an oder rennen wir runter ach jetzt ja mit ok die 10 und die haben dann aus wir haben dann ausgaben die könnten also ohne probleme geschossen meinst du dir von anderen bau die sind hier damals riskieren und runter rennen und versuchen auf zu da war explosion dahinten naja gut das stimmt dass der recht stimmt ja jetzt ist die dümmste situation doch sicher wird auf uns der hat einfach random noch in richtung orange geschossen oder das typ des eine kommt von da an das andere von links oder links sind also von da wo wir kommen sie gerade gegner ja dann flippt doch eine frau aus die haben also die sind richtig dumm eigentlich solche landzeigen ich mich sicher rein ich weiß halt ich kenne mich da wieder nicht aus wie man da reinkommt am besten links hätte ich jetzt gesagt hätte ich bitte noch mal schießen werden das war längst das recht dann komme ich mit ok hier waren hier kann man richtig gut verteidigen weiß das noch das ist so dumm hier ich habe diesen das wird dieser vorraum hier glaube ich ja ja das ist der vorraum also da was rein schmeißen eines bei mir hinten ich könnte die tür auf springen da hat gerade probleme der schwammbombe ich mache die tür auf weg neu ich habe ein irgendwie was schade höher zielen hast du ihn gesehen hast du ihn gesehen ja oh der prinz ist aber heftig alle aufgestellt einer hat neben geschossen ich mache hier ist die tür auf ich habe alle türen aufgemacht also könnten sie nervös werden aber ich weiß ja aber es wird wahrscheinlich ja das werden die anderen sein ich mag jetzt rein aber jetzt habe ich keine schuss mehr ich habe alles verbraten wollen wir in die gleiche seite rein oder auftauchen ja ich weiß es nicht einer stück wahrscheinlich ja ok denkt daran mit einer lanze kannst du wohnen hütten die in den schwamm ja wenn er kommen sollte also jetzt die falle aufgestellt hat hätte ich rein rennen müssen warte mal kurz wo sind die eigentlich die anderen bounties die laufen runter ja ja das ist richtig das ist richtig kannst du hier da könnte eine brand noch mal werfen ob das wärs dran ja mach scheiß drauf mach einmal brand reinschmeißen dann können wir die falle entschärfen die falle ist entschärft kräftet ihr nicht an oder was ne ne ich hab geschossen ich hab geschossen holy fuck alle die dolch hat einen rückstoß ich hab wieder das tor aufgemacht komm weiter zu mir oder ein komm zu dir ich bin halt in seine eigene falle gelaufen lol ich hab beide mit einem schlag gekillt nicht dein ernst ja lol nicht dein ernst nice won ich schau mal kurz scheiße nicht dein ernst geil hatte der auch eine lanze ganze runde wieder wettgemacht und die anderen mit der bounty sind unten schnell raus schnell raus schnell raus weil die sind noch unterwegs habe ich beide gelootet warte ich bin grad so ich ganze hand die ist die ist richtig die zittert gerade richtig hart alle war dennoch ach so der hat die leute haben sie den schon gelootet also haben sie den schon gelootet ich glaube schon ne ich glaube schon ja 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 ach so ich muss mich in den städte warte ich muss mich echt hier weil ich hab wer hat mich irgendwas hat mich weil ich nur einen lebensbalken habe holy shit kannst du dir einfach beide mit einem okay das war jetzt auch wieder das war jetzt auch wieder notwendig richtig cool weißt du und dann redet er noch so dumm im chat kalt was kalt was ich kalt ich kalt ich kalt und ich teile der Der Monitor ist wahrscheinlich zerstört. Nice. Richtig nice. Oh mein Gott, Alter. Digga, was für eine geile Runde. Und damit verabschiede ich mich für den ganzen heutigen Tag. Ich spürze euch heute mal einen schlimmen Amttag. Das ist mal eine geile Abschlussrunde. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.